Ah ja, ich bin schon wieder bei Jumper Juice, weil es so lecker hier ist. Ich habe hier zum Beispiel eine Milky Chia Bowl für 155 Pesos. 2,50 Euro sind das. 2,55 Euro. Und ja, mit vielen Erdbeeren und Blaubeeren und man kann sich auch Mango auswählen und andere Früchte. Das ist echt lecker. Ich bin hier am Burgos Circle in BGC, Manila. Das ist der Burgos Circle. So ein kleiner, runder Kreis. Nennt sie Burgos Circle. Und das ist die schöne Forbes Town. Wunderschöne Forbes Town mit vielen Restaurants. Da ist übrigens auch Dr. Wein und Spiderman. Ich will jetzt auf Entdeckungstour gehen. Dr. Wein und das Restaurant, wo es für unter 400 Pesos Unlimited Drinks gibt. Die ganze Nacht. Hammer. Cuisine nennt sich das. Hatte ich ja im letzten Video davon erzählt. Okay, das ist meine Jumper Chutes. Und die Leute lieben es wirklich. Ja, ich bin hier in Forbes Town. Eating some potato wedges. Kartoffelecken. Ich bin so raus aus dem Deutschen. Aber gut, ich meine, vergisst man natürlich nicht. Man muss es sich nur wieder verinnerlichen, okay? Aber wenn man halt mehr Englisch selbst mit der Familie und im Business spricht, ja? Als Deutsch, ja? Dann... Ja, dann... Dann ist das Englische mehr geläufig als das Deutsche nach einer Zeit, ja? Ja, aber okay, ähm... Meine Muttersprache werde ich nie vergessen. Aber ich weiß, bei manchen ist es so, ja? Weil die, ja, äh... Wenn... Wenn... Wenn die... Wenn die 20 Jahre raus sind, ja? Aus Deutschland. Und die sprechen nur Englisch. Die... Die vergessen ja Deutsch, ja. Zwar nicht 100%, aber etwa schon. Ich merke es ja bei mir selber. Nicht vergessen, aber also... Manchmal kommt mir Englisch etwas leichter vor. Aber okay. Was ist das hier? Bobstown. Ja, hier hätte ich mir fast ein Apartment geraumen. Super groß. Einen Bettraum. Apartment. Aber wie schon gesagt, ja? Im vorigen Video. Ähm... Hier sind viele Bars, ja? Es wird hier richtig laut so fast um 2 Uhr. Ja, deswegen habe ich es hier nicht genommen. Aber es ist schön hier. Auch so für Kinder. Und ja, hier ist halt alles. So Pinoy Restaurants und... Viel zum Ausgehen in der Nacht. Naja gut, das zieht halt auch viele Leute an, die laut sind. Deswegen hier nicht. Aber super schöne Gegend. Mit super großem Raum hier. Das war ein Einbettraum fast... Äh... 60 Quadratmeter, ja? Fast 60. Super groß. Für den gleichen Preis, den ich jetzt zahle. Für nur 40 Quadratmeter. Aber gut, ich meine, das ist schon okay. Ja, das nur so. Ich will jetzt das Burger essen. Wie ist das? Aber Sie brauchen Ketchup oder Ketchup? Oh, keine Ketchup. Danke. Andere Sauce? Andere Sauce? Andere Ketchup? Yes. Nur Ketchup? Maybe a mustard or like mayonnaise. No? No extra salt. They told me yes we have other sauce than ketchup but no. Here it is. It's a morano sauce, you see? My delicious potatoes. 79 pesos. 79 pesos, yeah? Wow, I haven't seen. There are so many girls in front of the club in Makati. Encanto, 185. It's Bacanias. Pretty good. It's from the Philippines. Ah, pretty good vibe here. Hello, 6 o'clock. Makati. I'm going to take a taxi now. 6 o'clock. I'm coming from... I'm close. 100% was... What was? Fun. Bacanias, yeah. Bacanias. Super good. It's so clean, so good. Sogo. The infamous Showtime Hotel. So, yeah. Sogo. It's that... It's that... It's that Showtime Hotel. I'm waiting for a taxi now. Six o'clock sleep time. I'm waiting for a taxi now. Six o'clock sleep time. I'm waiting for a truck. What's that? I'm waiting for a taxi now. I'm waiting for a taxi. I'm waiting for a taxi now. Wir sind in England und Spanien. Die Küche hat gerade einen großen Feuer gehabt, wow, gibt es ein Feuer da. Wir haben eine Segar. 1,750 Euro, 1,750 Euro. Vintage Alhambra, Siga Corona, 1,880 Euro. Caballero Boot, 2,550 Euro. Small time, 65 Minuten. Up to 75 Minuten. President G. Churchill, 2,750 Euro. Yeah, nice. Let's try that later. So, that's Salman from... The owner is Swedish now, that I could eat. I just spoke with him. Looks delicious. Pretty good. That reminds me of Brazil. They also have many street stands. They're all Thailand, they like that. Makati. There's a Royal over there. Ah, no. There. There's a Royal over there. Born ready. Be the perfect match. Corbstown. Mmm, Gamba Juice. Our smoothie is really delicious. Wir sind hier auf Bonifacio High Street. Jambachos mit Whey Protein 210 Pizos. Delicious. Ich habe einen Kuchen gemacht, der Moste ist hier. Man muss hier an einem Durchdelen mitten werden. Es geht um Basketball zu sehen. US-New Zealand, das ist eine Gruppe. Deutschland spielt in Japan. Okinawa, ich denke. Wir sehen uns im Weltkampf. Wir sehen uns am Weltkampf. Hey! Sap! Noen! Mall of Asia, Reina, Reina. Sit down! Oh yeah! Waiting everybody! Mall of Asia! Fun in the sun! We are on the alley here. In the SM Mall of Asia. One of the biggest malls in the world. I think it's construction, that's why. People are going in now. New Zealand. Basketball World Cup! First time for the Basketball World Cup. I had to send back the trolley in the taxi because they're not allowed the trolley. And then he told me I can also not take the umbrella. But then he let me in with the umbrella. So... It's like that. First here. Here! Go! Go mate! Go! Bye bye! Let's go toilet! Bye bye guys! Bye bye guys! Bye bye guys! EPP? EPP? Yeah EPP! But first you make besides the bowl. My bad. Fan job! Wow! Excited! Seeing an arena in Mall of Asia. USA. Where is this? Woo! Let's go! USA versus New Zealand! Let's go! Oh! To wait here? Yeah! No! Wow! It's a big arena! Still 20 minutes! Well welcome everybody and all the basketball fans here tonight! To the bowl of Asian arena! Out of Pazai City, Manila, Philippines! Welcome! To the FIFA Basketball World Cup 2023! Howard King's Day! USA versus New Zealand! I'm going to reach out for that year, but before we move on, let me introduce you to my partner, It's a big fan! I'm going to reach out for that year! Well, a big hello to everyone who is joining us today! All of Asia! For the United States! New Zealand! Now we invite you to stand for the National Anthem! We begin with the anthem of New Zealand! New Zealand! New Zealand! New Zealand! New Zealand! Das war die Neuseiland National Anthem, Neuseiland, USA. Hey, 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 1918, New Zealand was all the time in front. And then the U.S. made three points at the end of the first ten minutes, 1918, USA. So it's 45.36 after two times ten minutes. It's a five minutes break, and then again, two times ten minutes. Robot dance. 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 68 USA New Zealand 60 USA 76 95 last minute New Zealand 70 95 70 Yeah, USA winning New Zealand fans going already Last second 16 seconds 99 72 That was it Yeah, 99 72 New Zealand winning In vanilla US New Zealand So that was a game US New Zealand Group game in Manila I hope Germany is winning in Japan and they coming here Let's go So I'm going out with our triple same t-shirt I hope everybody You 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.